Mein Name ist Degun Zhang. Ich spiele bei unserer Oper den Karlmann. Ich bin Marcelo und in unserer Oper spiele ich die Hauptrolle, den Lette. Als Mensch bist du sehr schön, aber dein Gesicht ist leider sehr hässlich. Ich bin Wendy Cricken und zusammen mit Anna Lucia Struck singe ich die Rolle von Fanny in der Oper der Hässliche. Ich bin Ruth und ich spiele Schäffler im Hässlichen. Er ist ein Witz, er forscht nicht mehr, er präsentiert sein Gesicht sonst nichts. Der Hässliche läuft ab dem 17. Februar im Theater Dortmund. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!